Also wir fangen alle an und starren jetzt auf Dashboards. Wir flatten die Curve. Wir arbeiten jetzt alle remote. Wir blurren, wir machen unseren Hintergrund unscharf. Alle reden von Zoom, Teams, Jitsi und all den ganzen Krams. Das ist das neue Buzzword, Agile. Nicht mehr digital oder Corona, jetzt habe ich es verwendet, das C-Wort. Wie wollen wir eigentlich alle gemeinsam arbeiten? Ha, buh. Das ist so. Ha, blöd. Passiert aber.